Was geht ab, Schildkröten-Gang? Im heutigen Video werden wir zu Riesenautos. Oh ja, das werden wir. Aber Schildkröten-Gang, was meine Freunde nicht wissen, ist, dass ich mir heute das extrem teure Monster Truck kaufen werde und super groß werde. Somit kann ich einfach all meine Freunde heute überfahren und aufessen. Schaut euch unbedingt das ganze Video bis zum Ende an, denn Leia, Ossi und Oxino sind auch mit dabei. Und zwar, Schildkröten-Gang, ihr seht es schon, wir holen uns hier direkt dieses Weltraumauto als allererstes. Und dann los, Leute, alle liken und abonnieren auf 3, 1, 2, 3, boom, direkt gekauft. Und jetzt gehen wir hier in die Radstation rein, Leute. Aber vorher öffnen wir hier erstmal ein Ei, Leute, 3, 2, 1 und boom, oh yeah, das sind krasse Räder. Und jetzt können wir ein Rad schon mal in unser Monster Truck dran. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, alle Räder heute im ganzen Video aufzuführen, deswegen schau ich das ganze Video bis zum Ende an. Okay, Leute, ich würde sagen, ich darf den anderen nicht so einen großen Vorsprung lassen. Wir starten direkt da mit unserem Weltraumauto, let's go und boom, Leute. Wir starten direkt als allererstes mit einem normalen Auto und danach werden wir einfach zum Weltraumauto uns direkt verwandeln. Und Schildkröten-Gang, ihr seht es schon, das allererste, was wir hier natürlich machen, ist einfach ein wenig auf der Straße rumfahren. Und wow, Alter, ich wurde gerade fast überfahren, Leute, jetzt habe ich so ein Schutzschild drin. Alter, Schildkröten-Gang, checkt euch das mal ab. Hier gibt es so viele gute Leute in der Lobby, ne? Und ich bin hier einfach gleich einer davon, oh yeah. Okay, Leute, ich esse gerade schon ein bisschen was, ich bin jetzt schon bei Stufe 30, oh yeah, Leute. Hm, bei Stufe 30 bin ich schon bei Stufe 80 und jetzt 100. Warte mal, du bist schon bei Stufe 80 und jetzt 100? Alter, was soll das? Und warte mal, Leute, man sieht gerade, Ussi ist hier ganz unten noch. Haha, Ussi, du bist gerade mal bei Stufe 8. Hör mal zu, Leute. Ich werde heute probieren, der Allergrößte zu werden. Und wisst ihr, was ich dann machen werde? Ich werde euch einfach überfahren mit meinem Auto, oh yeah. Oh, doch, ich werde sowas von riesig werden, Leute. Und das Coole ist, Leute, hier gibt es ganz viele andere guten Rennfahrer, aber die können mich nicht überfahren, weil ich die ganze Zeit so ein Schutzschild habe. Habt ihr auch so Schutzschilder bei euch gerade? Oh, und checkt das mal ab, Leute. Ich kann hier einfach so ein Speed aktivieren. Oh, Mann, ist das cool. Alter, let's go. Okay, Schildkröten-Gang, man kann hier einfach alles Mögliche einfach aufessen, damit man auch richtig groß wird. Und ihr seht schon, Leute, diese großen Autos, die kann man auch irgendwann essen, aber die sind richtig teuer, Leute. Man muss sich wirklich an die Straßenverkehrsordnung halten. Und einen Moment mal. Alter, Leia, du bist gerade draufgegangen, kann das sein? Nee, Leia ist einfach zweiter Platz, Leute. Sieht ihr das in der Rangliste? Warte mal, Orx, die machst du auch täglich die Auffahrtpflege und außerdem habe ich gerade mehr als du. Warte mal, du hast mehr als ich. Was soll das denn bitte, Ussi? Alter, Leute, das kann es doch echt nicht sein, dass sie einfach mehr haben als ich. Aber wisst ihr was, was mich gerade fragt? Wenn du schon hier auf die Auffahrt fährst, dann musst du sie eigentlich auch pflegen, oder? Ussi, ich sehe dich, Junge. Was geht ab, Ussi? Ah, nicht überfassend. Hey, was sollte das? Hey, Orxie, Baby, sag mal, soll ich dir beitreten? Äh, mir beitreten? Sehr gerne, Orxie, obwohl eigentlich nichts, sonst willst du dich wieder heiraten. Aber naja, mich hat gerade einfach Ussi gegessen. Was sollte das? Oh, Mann, Leute. Was? Und du wirst denn größte werden? Auf jeden Fall direkt meinen Monster-Trunk ausrüsten, weil das gerade ja wirklich super fies war. Was sollte das? Na, Lust, ich rüste hier direkt mein Weltraumfahrzeug aus, Junge. Es reicht mir. So, wir gehen direkt einmal in die Autogarage rein, drücken direkt einmal drauf, Leute. Schaut euch das mal, 100%iger Cash-Bonus. Oh ja, das nehmen wir uns direkt. Und damit werden wir jetzt einfach richtig groß. Und dann reicht es mir, Leute. Mich kann zwar Ussi jetzt noch überfahren, aber als nächstes wird ihr mich nicht mehr überfahren können. Boom. Alter, Leute, checkt euch direkt mein Auto ab. Damit werden wir jetzt einfach richtig riesig. Okay, Leute, Ich bin jetzt direkt bei Stufe 7. Oh yeah, Leute. Oh nein, Orksi, ich wurde gefressen vom Top 1. Warte mal, vom Top 1. Ich sehe es gerade. Der Top 1 hat einfach 14.000. Und was? Ussi ist vor mir, hat einfach schon 1.000. Alter, Ussi, du bist ein richtig großes Auto schon geworden, ne? Kann das sein? Warte mal, Orksi. Der Top 1 hat nicht 14.000, sondern da drüber. Die hat 100.000. Die hat 100.000. Du hast recht. Der da drüber hat einfach 100.000. Leute, schau dich das mal an die. Arme nah, Leute. So, Leute, ist mir aber auch egal, Leute, ob da irgendjemand über mir ist. Was? Ey, Leia, was sollte das denn jetzt? Oh man, Leia hat mich einfach überfahren. Jetzt reicht es mit Schildkrötengang. Jetzt werde ich komplett krass spielen und einfach jeden selbst überfahren. Hey, hör mal zu, Leia. Du denkst zwar, dass du mich einfach so überfahren kannst, aber das wirst du nicht nochmal schaffen. Ah, da kommt Leia, ganz ruhig. Denk mich, dass das nicht nochmal. Ja, ganz ruhig. Oh nein, oh nein, oh nein, ich habe sie sowas von outplayt, Leute. los, check das mal. Alter, das glaube ich nicht. Leia, weißt du was? Soll ich die Rache anwenden? Soll ich die Rache anwenden, Leia? Ja, ja, wend mal deine Rache an. Boom, Rache angewendet. Was? Das war es mit dir, Leia. Du bist sowas von draufgegangen. Oh yes, bist du auch wieder am Anfang. Oh man, Axi, weißt du was? Ich bin eh besser als in diesem Spiel. Ich bin der Erste. Eh besser als ich. Oh man, Schildkrötengang, wenn die wüssten, dass ich hier einfach dieses richtig krass Auto habe, sobald ich mit dem Auto auch nur ein Stückchen größer bin, haben die sowas von verloren. Let's go. Okay Leute, ganz ehrlich, ich werde jetzt komplett euch sowas von hochnehmen. Ja, ich werde jetzt richtig riesig und dann reicht es mir, dann wird es mir sowas von reichen. Ich werde euch alle auffressen und überfahren, Alter. Warte mal, was? Niemals. Niemals? Oh doch, Ussi, auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Und was? Ussi, du bist schon bei 20.000 Stärke? Dein Ernst? Wie hast du das gemacht, Bro? Wie bist du schnell schon so groß geworden? Alter, Ussi, ich muss ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall mein Respekt, aber nicht mehr lange, denn ich werde auch noch richtig groß. Und was ich mich gerade frage, Orxina, wo fährst du eigentlich Auto? Jetzt mal ganz ehrlich, man sieht dich ja gar nicht auf den Straßen. Oh Mann, Orx, ich werde ganze Zeit überfahren. Warte mal, du wirst die ganze Zeit überfahren und dann hörst du auf zu reden? Hä? Alter, Lea, was redet bitte Orxina? Naja, ist mir auch egal, Leute, ich werde auf jeden Fall probieren, der allergrößte zu werden. So, boom, ich habe mir direkt ein Schild gehabt und da vorne ist Lea, Leute, sie hat gerade 200, ich habe 145. Ich könnte es echt schaffen, die gleichzeit überfahren, Leute, let's go. Und einen Moment mal, Ussi, bist du etwa am Ernstplatz 1, oder wie? Oh ja, ganz genau, mit 70.000 Stärke. Alter, Leute, ich glaube, Ussi hat es einfach geschafft. Das ist echt richtig heftig, Ussi, also ich sage dir ganz ehrlich, Ussi, du bist echt ein richtig guter Fahrer. Das ist einfach direkt, schaffst du so einer großen Stärke. Aber weißt du was, Ussi, ich werde direkt nachkommen. Ich bin jetzt schon bei 250. Ich habe Adrian überfahren. Und jetzt bin ich einfach direkt bei 3, 2, 1, boom, ich bin jetzt schon fast bei 400. Leute, bam, 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 bam. Ich muss ja einfach alle schnell fressen. Zack. Alter, checkt das mal ab, Schildkröten Gang. Ich bin jetzt schon bei 500 und werde einfach richtig groß. Und dann werde ich auch schaffen, so groß zu werden wie du, Ussi, und dann werde ich dich auch überfahren. Oh yeah. Nein, niemals. Oh doch, auf jemals. Wie schon gesagt, ich werde es schaffen, nicht zu überfahren. So, boom, Leute, da vorne ist schon Leia. Und Leia hat auch schon 100, nee, 1000 Stärke. Alter, Leute, ihr seid ganz schön gut in dem Spiel. Das hätte ich nicht gedacht. Aber macht euch mal keine Sorgen, ja, weil ich werde euch noch besiegen. Uh, uh, let's go, Schildkröten Gang. Das glaubst du doch selbst nicht. Oh doch, ich werde noch richtig riesig. Denn Schildkröten Gang, ich habe hier noch eine kleine Fehlfettig ansetzen können. Ich kann fast Häuser essen. Warte mal, du kannst Häuser essen? Ich werde gleich die Pizzeria essen. Alter, was, Leute, Ussi ist schon so groß. Oh man, Leute, ich würde sagen, wir drehen hier erst einmal eine Runde am Glücksrad. Einmal. Drei, zwei, eins, let's go. Mal schauen, was wir bekommen, Leute, und wir bekommen einfach 1000 Euro. Okay, sehr, sehr schön, Leute, 1000 Euro nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Das ist sehr, sehr schmackhaft. Und jetzt, Leute, gehen wir hier einfach in den Laden rein. Und wenn es so weitergeht und wir nicht noch höher kommen, Leute, dann kommen wir uns hier einfach die ganzen Sachen. Let's go, Leute. Okay, wir sind jetzt schon bei 1000 und ein Moment mal. Alter, da vorne ist einfach König Ussi, Junge, mit der Krone. Alter, Junge, Junge, Ussi, du bist ganz schön hoch, ne? Ich bin der King, oh ja. Oh man, du bist ja wirklich der ganz schöne King. Alter, Ussi, du hast gerade jemanden überfahren. Leute, er levelt so schnell, weil er einfach jeden überfahren kann. Wisst ihr was, Leute, ich will auch meine erste Person überfahren. Boom, ich habe auch meine erste Person gerade überfahren. Let's go. Und Leute, wir können ja direkt den Speed einmal aktivieren. Let's go, das macht so viel Spaß. Oh man, okay, ich muss auf jeden Fall ganz, ganz viel essen, damit ich richtig riesig werde. So, boom, ich bin jetzt schon bei 2000 gleich, Schildkröten Gang. Das ist schon mal sehr, sehr gut. und hä, warte mal, Leia, du bist schon bei 20.000, ist das dein Ernst gerade? Natürlich, ich kann's ja schon Autos aufessen. Warte mal, Autos aufessen? Alter, ich seh's gerade. Oha, aber das eigentlich nicht aufessen, das ist einfach überfahren, ne Leia, weil wir essen die Sachen ja nicht auf. Und Alter, ich seh's ja gerade. Oh man, Leia hat uns einfach überfahren. Warum machst du das bitte? Weißt du was, Leia, was ich jetzt machen werde? Drei, zwei, eins, ich werde mich jetzt richtig riesig machen und dann werde ich euch alle zurück überfahren, Leute, es reicht mir jetzt vor, um den Chillkröten Gang. Ich werde jetzt richtig mächtig und groß. Oh nein. Oh yeah, ganz genau. Checkt das mal ab, Leute, wir sind jetzt schon bei 12.000 Stärke und einen Moment mal. ich wurde überfahren. Dein Ernst, komm her, Leia, boom. Leute, wir haben uns einfach an Leia gerecht. Alter, Leia, jetzt bist du da ganz unten, ne? Wie ist die Luft da unten? Ich seh dich gar nicht mehr. Hey, warte mal, Orsi, sei doch nicht so frech, Mann. Ussi ist immer noch besser als du. Ah ja, ja, Ussi ist jetzt vielleicht noch besser, ne? Aber ich werde es auf jeden Fall auch noch schaffen, Ussi zu essen, Leute, denn ich habe eine richtig gute Taktik. Ich habe hier ein richtig krasses Auto, mit dem ich richtig schnell leveln kann. So, bam, 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 Leute, und wir gehen direkt hier einfach auf die Straße und, äh, Leia, alles gut bei dir? Hallo? Oh, du hast ein Schild. Okay, okay, das ist ja schon mal ganz gut, Leia, dass du wenigstens ein Schild hast, ne? So, bam, 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 Leute, gleich jetzt die Schild weg und dann fressen wir sie. Drei, Oh nein, ich muss den aufessen. was soll das, Leia, hör auf, dir mal Schild dazu holen. Ich werde dich sowas von kriegen. Ey, warte mal, was, ey, warum wirst du den aufessen? Das will ich ja mit 100.000 Stärken aufpassen. Ich habe ihn auch nicht. Ah, jetzt bin ich wichtiger. Junge, 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 Leute, seht ihr das? Ussi ist einfach Platz 1 und ich bin gerade Platz 2. Junge, Ussi, als ob du schon jetzt so riesig bist. Wie machst du das bitte? Let's go, ich bin der Beste. Oh Mann, du bist wirklich ganz schön groß, Ussi, aber mach dir mal keine Sorgen. Du kriegst hier langsam, langsam Konkurrenz und zwar vom King Oxy. So, boom, ich muss hier ganz schnell einmal, ganz schnell hochleveln, Leute. Ey, ich muss unbedingt schaffen, besser als Ussi zu werden. Ha, ha, du bist niemals besser als ich. Niemals besser als du? Was redest du? Boom, Alter, ich habe gerade einen Zehntausender einfach angefahren. Let's go, Leute, und ich bin jetzt auch auf 20.000 Stärke. Ich habe schon einen 100.000er überfahren. 20.000 Stärke, das bedeutet, Oha, ist ja voll cool, Leute. Boah, ist ja richtig krass und leer. Du bist ja irgendwie noch so ein ganz, ganz kleines Babyauto, ne? Kann das sein? Oh, da vorne kommt Ussi, Leute, schnell hoch. Oh Mann, lass dich los in Ruhe. Oh Mann, Leute, Ussi ist ganz schön riesig. Ja, Ussi ganz ruhig. Oh nein, oh nein, oh nein, Leute, du musst am besten ganz schnell vor Ussi wegfahren. Oh nein, Leute, ich werde dir sowas von abhängen. Boom, boom, boom. Und weißt du was, Ussi, meine Zeit ist vielleicht gekommen, aber du wirst mich eh nicht kriegen. Haha, na los, probier es doch. Schau mal die zwei Türme jetzt an und schau mal die Häuser jetzt an. Let's go. Alter, Junge, Junge, dass du so groß mal in einem Spiel wirst, hätte ich nicht gedacht. Aber ich werde es doch schaffen, viel größer zu werden. Ich werde irgendwann bei einer Million sein und werde dich dann auch überfahren können, Ussi. Oh ja. Niemals. Du, wie, du sagst niemals, Junge. Du weißt selber, Ussi, dass ich das schaffen kann. So, boom. Leute, ich habe auch das Gefühl, irgendwie auf der normalen Fahrstraße hier ist man viel schneller. Kann das sein? Das kann wirklich sein, warte mal. Oh ja, das stimmt. Oh ja, okay, okay, okay. Aber irgendwie, ich fahre manchmal einfach so richtig langsam, ne, Leute? Deswegen, ich muss einfach probieren, hier komplett mein Speed zu geben. Zack, 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 zack. Da hast du wirklich recht. Und jetzt, Leute, hier vorne bei der Polizeistation mache ich einfach alles kaputt. Mh, lecker, ganz viele Autos. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe ganz schön großen Hunger. Ich werde jetzt die Person hier aufüberfahren. Boom. Boom. Alter, Leute, ich habe gerade einfach eine Person überfahren und bin jetzt schon bei 60.000. Wir kommen immer näher, noch voll riesig zu werden und dann werde ich jeden Einzelnen von meinen Freunden überfahren. Haha. Oxi, ich glaube, du wirst mir langsam, langsam echt zur Gefahr. Ich muss dich langsam essen. Warte mal, was will ich essen? Ey, Usti, ganz ruhig. Leute, ich muss mich ganz schnell beeinstellen, hier weiterzuleveln. Ich bin jetzt schon bei 120.000. Was? Das habe ich ja gerade voll schnell gemacht. So, boom, ich muss hier einfach diese Laternen essen, weil die bringen irgendwie voll viele Leute. Ich sage immer essen, aber es geht eigentlich darum, dass wir einfach alles überfahren. Let's go. Hier, Polizeiaute. Bam, Alter. Leute, checkt das mal, wie groß mein Sportauto schon ist. Weißt du was, Usti, du wirst mich ganz bestimmt nicht überfahren. Leute, schaut euch das mal. Ich kann jetzt einfach schon Häuser auch zerstören. Alter, da kriegt man ja richtig viel. Bam, 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 bam. Alle Häuser einfach zerstören. Boom. Oha, Leute, wir können einfach hier alles überfahren. Usti, weißt du was, langsam kriegst du echt Konkurrenz vom King Orxy. Ich komme, Usti, und dann werde ich dich fressen. Warte mal, Oh nein. Oh yeah, warte mal, Alter, du bist ja fast schon doppelt so groß wie ich immer noch. Oh nein, Leute, checkt das mal, wie riesig Usti da vorne ist. komm her. Oh nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh nein, ich muss schon den Speed aktivieren. Ah, schnell weg hier. Dann los, Usti, fress ihn auf. Ey, warte mal, Du bist auf Ustis Seite, was soll das? Er soll mich nicht überfahren. Alter, Leute, checkt das mal, wie wir einfach alle Hochhäuser mitnehmen. Oh Mann, das macht dir wirklich so viel Spaß. Oh, das sieht wirklich brutal aus. Warte mal, brutal aus, was redest du? Oh nein, Autsch, Usti. Hier vorne ist eine Person, die wir einfach überfahren können. Drei, zwei, eins, wir müssen ein bisschen Nitro einfach reinhauen, checkt das mal ab, aber der hat eigentlich echt zu wenig, Leute, das lohnt sich gar nicht für mich. Boom, wir sind jetzt schon bei 220.000 Größe, und Usti ist schon bei 450.000. Alter, Usti, du bist richtig riesig, was machst du da in der Mitte? Ich bin hier einfach und mache einfach nichts, weil du wirst sowieso niemals größer als ich. Warte mal, was, Alter, was soll das? Oh Mann, ich muss es schaffen, groß zu werden. Und einen Moment mal, Lea, du warst doch gerade noch voll groß. Wusstest du etwa gefressen? Ja, Usti hat mich gefressen. Warte mal, Usti, dein Ernst, die arme Lea, Junge. Ach Leute, ich würde aber genau das gleiche machen, wenn ich so groß wäre. So, bam, 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 und einen Moment mal, ist Usti da wirklich afk? Hey, Usti, warum bleibst du einfach stehen? Es war nur ein Trick von dir. Oh nein, Leute, dann los, ich muss schnell etwas ausprobieren, es muss funktionieren. Drei, zwei, eins, alle noch mal ein Like da lassen, alle noch mal ein Like da lassen und boom, let's go. Ich bin auf 500 Größe. Leute, ich bin größer als Usti, das heißt, ich kann jetzt fressen gehen. Komm schon her, Usti. Let's go, let's go, let's go. Alter, Usti ist gerade bei so einer Größe. Warte mal, das war nur Spaß. Na gut, Usti, ich verzeih dir, weißt du was, Usti, ich werde dich fressen. Komm her, Alter, Leute, wir haben einfach Usti komplett weggedasht und damit sind wir jetzt ein Auto mit 900.000 Größe. Das heißt, wir können einfach jeden Einzelnen in der ganzen Lobby überfahren. Alter, check das mal ab. Und, äh, oh man, armer Usti, er ist wieder ganz unten. Hey, Usti, es tut mir echt leid, weißt du das eigentlich? Ganz ehrlich, komm, ich fress dich jetzt auf. Warte mal, du willst mich aufressen, Usti? Ich glaube nicht, dass du mich noch überfahren kannst, nachdem ich schon jetzt so groß bin. Ich meine, ich kann einfach alles mögliche, und, bist du ja kleiner Mann. du kannst mich auch nicht auffressen. Ja, weil du ein Schild hast. Okay, Leute, ich würde sagen, als nächstes gehen wir ein bisschen Lea fressen. Hey, Lea, hast du vielleicht Lust, von mir gefressen zu werden? Ähm, nein, auf jeden Fall nicht, wenn ich schon von Usti gefressen wurde. Na gut, dann werde ich dich nicht auffressen, sondern einfach nur überfahren. Komm schon, Lea, Lea, ich bin ready. Was, hey, das ist doch dasselbe. Alter, Leute, checkt das mal ab. Wir sind einfach bei eine Million Größe, und wisst ihr was, Leute, ich werde jetzt meine ganzen Freunde überfahren. Hey, Lea, am Anfang hast du mich die ganze Zeit überfahren, weißt du noch? Nein, also, ich habe dich doch nie überfahren, Oxy. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, was du mir angetan hast, Lea? Weißt du, was ich sie jetzt anziehen würde? Genau das gleiche, ich komme zu dir, Lea, komm schon her. Aber nein, das darfst du nicht machen. Lea, du kannst gerne um Entschuldigung bitten, wenn du möchtest. Ey, ja, genau, es tut mir leid, Oxy, ich habe nie was gesagt. Na gut, ich würde sagen, du kannst sie nicht lassen, ich habe mich auch entschuldigt, und du hast mich trotzdem überfahren. Ich werde sie trotzdem überfahren. Boom, das war es mit dir, Lea. Leute, ich überfahre einfach die ganze Lobby, weil ich so riesig bin. Oh Mann, Oxy, bitte nicht nochmal überfahren. Oh doch, ich werde sie überfahren. Komm her, Ussi. Boom. Und damit würde ich sagen, Schildkröten Gang, wir sind das größte Auto der ganzen Lobby. Falls dir das Video gefallen, lasst du mir ein Like und ein Abo da. Hier rechts und links findet ihr noch weitere extra coole Minecraft und auch Roblox-Videos, Leute, drückt unbedingt drauf. Jeden Tag Roblox, jeden Tag Mylox, drückt auf das nächste Video drauf, Leute. Abonniert. Tschüss, ich liebe Schildkröten. Abonniert, Leute, bis zum nächsten Mal, drückt auf das nächste Video. Tschüss.